Das ist so gesehen der heilige Gral mit der meisten Power. Moin moin meine Elektro-Unbauf-Freunde. Heute mal eines der spannendsten Themen, die Tesla Drive Units, Tesla Motoren. Ich habe euch hier zweimal mitgebracht. Wir haben hier einmal die große Heck Drive Unit, das ist so gesehen der heilige Gral mit der meisten Power. Und wir haben hier noch die Small Drive Unit. Beide Motoren sind in Tesla Model S und Model X verbaut. Und sind Heck Units. Diese hier gibt es noch als Front Drive Unit, sieht aber im Endeffekt genauso aus. Wir hatten das im Minivideo einmal zu sehen. Deswegen, wenn wir die hier haben, reicht das glaube ich für den Anfang. Genau, fangen wir mal mit der großen Unit an. Das ist so der erste Motor, das ist so der klassische Motor, wie Tesla den gebaut wird. Hat ist eine Asynchronmaschine. Wir haben hier auf der Seite den Inverter, auf der Seite haben wir den Motor. Und in der Mitte haben wir dann das Gearset. Also generell der Motor dreht bis zu 15.000 Umdrehungen. Dann gibt es eine einfache Übersetzung. Hier hinten ist das Diff verbaut. Hier kommen die Antriebswellen rein. Und der Motor wird hinter der Achse montiert. Genau. Das ist das Anschlusskabel für die Batterie. Hier noch die Signalleitung. Auf der Seite haben wir wieder, ist in diesem Fall ein Encoder, um die Rotorposition zu ermitteln. Genau, ist auch wieder Wasser gekühlt. Das sind eigentlich so die Standardsachen. Wir haben jetzt hier liegen aktuell eine Base-Unit. Die Base-Unit hat 335 kW, also gute 450 PS. Es gibt noch eine Sport- bzw. Performance-Version. Die Version hat dann 400 kW, also gut so 540 PS. Genau. Diese Einheit könnt ihr bei uns so erwerben, inklusive unseres Steuergerätes, um das halt ins Auto einzubauen. Das ist so gesehen das performanteste, was man aktuell bekommen kann. Man kann das auch noch kombinieren, dass man die Heck-Drive-Unit mit einer Front-Drive-Unit kombiniert. Aber das wird dann schon sehr extrem. Das muss die Batterie natürlich auch liefern können, den Strom. Von daher ist man hiermit schon ganz gut aufgestellt. Diese Drive-Units sollen nachher in einen von unseren Porsches eingebaut werden. Dann kommen wir nun zur Small-Drive-Unit. Die ist in dem Porsche Boxster drin. Da haben wir ja auch ein Video zu. Generell gleicher Aufbau wieder. Motor, Inverter, Reduction-Gear-Set mit einem Differenzial. Antriebswellen kommen dann hier und raus. Motor wird wieder hinter der Achse montiert. Auch wieder Wasser gekühlt. Anschlusskabel kommen auf der Seite rein, plus minus von der Batterie. Generell ist immer interessant bei den Tesla-Motoren, dass man hier auch das Gaspedal direkt mit anschließt, weil der Inverter auch die Eingänge dafür hat. Das ist jetzt nicht unbedingt der Standardansatz. Das ist Tesla relativ exklusiv, soweit ich weiß. Die meisten anderen haben das halt so gelöst, dass das Gaspedal immer ans Steuergerät angeschlossen ist. Das Steuergerät im Prinzip ein Befehl an den Motor sendet. Das ist hier etwas anders gelöst bei Tesla. Macht jetzt aber keinen großen Unterschied. Welche Leistungsklasse haben wir hier? Wir haben hier 220 kW und 330 Newtonmeter. Das im Boxster haben wir damit 0,100 Zeiten von 5,2 Sekunden geschafft. Ich denke, das ist schon auch sehr adäquat. Wobei das die Spitzenleistung ist. Das muss man hier nochmal genauer zu sagen. Das ist eine Spitzenleistung. Aber wenn man überlegt, wenn man das jetzt irgendwie 20, 30 Sekunden hat, ist man schon auf 200 plus kmh. Von daher ist das eigentlich ausreichend. Generell ist es immer bei uns so, dass die Motoren halt immer noch denken, sie wären im Tesla eingebaut. Das unterscheidet uns zu manch anderen, die halt hier in die Motoren andere Logic Boards reinbauen. Das ist meistens der einfache Weg. Man verliert aber alle Sicherheitsfeatures etc. Tesla hat das Logic Board, sage ich jetzt mal, natürlich optimal auf diesen Motor angepasst. Das bekommt man nicht selber besser hin. Es geht wie immer diesen Weg, dass wir halt das Auto um diese Motoren und den Inverter emulieren und der Motor halt immer noch denkt, er wäre im Tesla integriert. Das ist meiner Meinung nach der beste Weg. Genau, das sind die beiden Sachen. Wir blenden zu beiden Motoren jetzt nochmal die genauen technischen Daten mit Gewichten, Abmaßen etc. ein, damit ihr nochmal ein genaues Bild davon bekommt. Dann habe ich hier noch eine Kleinigkeit, die hätte ich jetzt fast vergessen, damit man einmal nochmal das G-Set sieht, wie das ungefähr aussieht. Also generell ist das hier eine einfache Übersetzung. Wir sprechen hier ungefähr von 9 zu 1. Das ist das Stück, was im Prinzip mit dem Innenteil auf die Welle des Motors kommt. Dann haben wir hier einmal einen Zwischengang und dann geht das hier aufs Diff. Das ist jetzt alles vom Model 3 Motor. Der ist jetzt bei uns gerade in der Entwicklung. Das kommt auch nochmal was dazu. Das ist aber aktuell noch nicht ganz fertig. Generell sind die Motoren aber auch genauso aufgebaut. Also im Endeffekt ein richtiges Getriebe gibt es nicht. Es ist einfach nur eine Übersetzung oder eine Untersetzung, dass man halt von den 15.000 bis 18.000 Umdrehungen runter dann auf die jeweilige Geschwindigkeit kommt, die man an dem Ausgängen an den Drive-Shafts dann hat. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal später. Irgendwann machen wir auch nochmal so einen Motor auf. Dann können wir uns nochmal angucken, was in drinnen ist, wie Leistungselektronik aussieht etc. Aber ich denke mal für den ersten Überblick, um euch zu zeigen, welche Motoren gibt es, ist das glaube ich ganz gut. Also wie gesagt, den hier gibt es als Front und Rear Drive Unit. Den hier gibt es als Base und Performance Version. Das sind die vier Motoren, die wir aktuell anbieten. In der Pipeline ist der Model 3 Motor noch, aber das kommt zum späteren Zeitpunkt. Ich denke mal, hiermit haben wir eine ganz gute Range abgedeckt. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da. Daumen nach oben, hoffentlich. Und ja, wenn ihr noch weitere Videos zu unseren Umbauten, zu den Tesla-Antrieben, Nissan Leaf-Antrieben etc., Elektro-Umbauten generell sehen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr natürlich nichts verpasst. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was die Jungs von dem Media Team von mir wollen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.